Hallo, guten Morgen, Herr Scholz. Ich habe gerade gelesen, Sie 2 Milliarden Euro schenken für neue Waffen. Sehr gut gemacht, Herr Scholz. Sehr gut, super. Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich. Sie 2 Milliarden Euro spenden, unglaublich. Keiner Mensch macht sowas. Und wir haben Sie sowas gespart, Herr Scholz. Ich kann nicht mal 100 Euro sparen. Aber das ist nicht Ihre Geld. Aber unsere Geld schenken. Alles klar, ich verstehe, ich denke, Ihre Geld. Ah, okay. Und wer hat gesagt, Herr Scholz, dass Sie diesen Bundestag schenken? Okay, okay. Aber bei den Opern gerufen. Ah, okay, alles klar, ich muss ein bisschen mehr helfen. Stimmt, stimmt. Gut, gut, dieser Mann. Sehr gut, dieser Mann. Und Herr Scholz, woher finden Sie dieses Geld? In Miami, Deutschland hat Schulden, Deutschland, überall Schulden machen. Wo finden Sie dieses Geld? Ah, Preise hoch machen, jetzt weiß ich. Deswegen alles so teuer. Okay, okay. Zuerst Preise hoch machen, dann schnell sammeln dieses Geld. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Hey, Herr Scholz, diese Deutschland, sehr gutes Herz haben, wirklich. Egal, wo was passiert, egal, wer Scheiße baut, Deutschland hilft. Egal, welche Stadt Schulden machen, Deutschland hilft. Wirklich das beste Land auf dieser Welt, dieser Deutschland. Ich liebe diese.